Ja, sag mal, warum machst du das mit den Grubenbahnen? Willst du nicht irgendwas mit Fördertürmen oder so machen und Zechen? Nee, lass mal, außerdem sind das Lokomotiven oder zusammengestellte Züge. Kein Bock. Erstens mal, die Relikte Grubenblocks verschwinden nach und nach. Als ich ein Kind war, und ich fühle mich gerade wirklich sehr alt mit dieser Aussage, wenn ich von früher erzähle, das war für über 30 Jahren, da gab es von diesen Grubenlokomotiven auf Spielplätzen weitaus mehr. Wir wussten nicht genau, was das war. Das war eine kleine Lok, ein zusammengestellter Zug. Da sind wir in die Waggons reingegangen, haben vorne in der Bahn, in der Lokomotive den Lokomotivführer gespielt. Und das ist heute nicht mehr so. Ich habe mir vorgenommen, die letzten Relikte für die Nachwelt in kleinen Videos festzuhalten. Dazu zählen auch nicht nur Denkmäler auf Spielplätzen und Spielgeräte, sondern auch Denkmäler in der Öffentlichkeit, die an alte Zechen und dem früheren Geist des Ruhrgebiets erinnern. Warum diese Relikte nach und nach verschwinden? Für die Städte ist es zu teuer, diese zu pflegen. Es müssen schließlich Straßen gebaut werden für Autos. Das möchte ich jetzt mal hier einfach so sagen. Sind Privatmenschen und Vereine dahinter, gibt es diese Lokomotiven noch? Das kommt auch in meinen Videos vor. Es ist mir wirklich aufgefallen. Des Weiteren, auf den Spielplätzen verschwinden diese kleinen Lokomotiven, weil das Kind ein Auer hat. Das hat sich an den Stahl gestoßen, den Kopf oder das Schienbein. Und dann sorgen besorgte Eltern dafür, mit ein bisschen Vitamin B und Unterschriften sammeln. Ihr könnt es im Internet lesen. Dafür, dass die einfach verschwinden, diese Lokomotiven. Wenn Spielplätze neu geplant werden und gebaut werden, sind die weg. Das ist in Bottrop passiert. Das ist auch in Ich-Meine-in-Mahl passiert. Und in Dortmund auch. Leider ist das so. Besorgte Eltern, seid euch gewiss, euer Kind muss sich wehtun. Es darf sich wehtun. Das ist ganz wichtig für die Entwicklung. Lasst euch das durch den Kopf gehen. Haltet den Schmerz eures Kindes aus. Es darf weinen. Ich als Vater finde es auch schlimm, wenn mein Kind weint. Und ich provoziere es auch nicht, dass es weint. Nur wenn es weint, dann hat es einen Grund. Und das darf dann auch weinen. Ich muss es nicht vorher schützen, dass es nicht anfängt zu weinen. Ihr wisst, was ich meine. Das darf ruhig spielen und klettern und mal runterstürzen. Ich muss dem nicht durchgehend sagen, Noah, Kevin, das linke Bein jetzt auf den anderen. Vorsicht, halt dich oben fest. Du musst jetzt ganz vorsichtig. So ist das nämlich, wenn ich auf dem Spielplatz bin. Das ist wirklich, die Eltern, so ein Bluthochdruck. Sorry, ich schweife ab. Zweitens, Menschen mit Behinderung und sogenannte Menschen ohne Behinderung mögen Züge, Bahn, Lokomotiven, halt alles, was auf der Gleise fährt. und gerade die Menschen mit Behinderung, die kommen vielleicht nicht aus ihrer Wohnung raus, nicht aus ihrem Kinderzimmer, nicht aus dem Wohnheim und für die ist das vielleicht ein ganz kleiner Moment, den sie, wenn sie diese Videos sehen, die Möglichkeit haben, bei YouTube im Internet zu sein, abzuschalten, sich zu erfreuen an den Bildern, an den Erklärungen und vielleicht ist das auch was für alle anderen Bahnfreunde. Die sind ja tolerant. Und drittens, ich interessiere mich auch dafür und das hat direkten Bezug zum Püt, egal in welche Region und warum soll das nicht einfach mal gemacht worden sein? Gab's noch nicht, habe ich hiermit gemacht. Mache ich auch weiterhin, wenn ich was finde. Ich würde gerne im Bergbaumuseum alles durchfilmen, an Grubenbahnen, aber da brauche ich ein Okay von denen und im Abspann muss das Bergbaumuseum vorkommen. Das ist nicht mein Stil. Dann muss ich noch da zwei Versionen von meinen Videos vorher ans Bergbaumuseum geben, dass die das absechnen können. Naja, alles was öffentlich ist, geht auf jeden Fall. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis bald, Glück auf, ciao, averdeci.